Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute mache ich ein Video alleine mit Playmobil. Wir haben nämlich etwas richtig cooles gebaut. Das steht da so. Hier. Einmal ist hier ein Aufpasser. Der muss immer gucken, wie viel Geld und wie viele Sachen sie halt abgeben. Hier ist ein Parkplatz. Hier oben sind noch zwei Tische. Einmal ein großer für die Erwachsenen, ein kleiner für die Kinder. Dann sind hier zwei Skateboards. Damit kann man hier fahren. Und für eine süße Katze. Dann gehen wir einmal rein. Hier so ist ein Wattelbad. Hier sind Sachen drin versteckt. Da kann man... Das ist so wie... Also einfach zum Hüpfen zum Beispiel. Hier ist eine Aufpasserin, die ist für diese Seite zuständig. Dann ist hier ein Bällebad. Diese Sachen kann man auch noch raus tun. Ein Schrank für Taschen. Dann ist hier einmal noch nichts. Hier ist eine Rutsche. Dann kann man hier zum Beispiel... Wer an weitesten springt, kann man hier so machen. Die ist für die Seeseite zuständig. Und hier so kann man hoch. Und das ist das Kinderspiele-Land. Und dann gehen wir einmal nach hinten zum Haus. Hier. Die Kinder, die arbeiten hier alle schön fleißig. Und die Mutter, diese hier. Die, die ruft, die zum Kinderspiele-Land wegen... Die, die wusste davon noch nichts, wegen derweil noch neu. So. Jetzt fange ich an zu spielen. Kinder, Kinder, kommt mal. Ja, Mama, die kommen ja schon. Was ist denn los, Mami? Ähm, wir gehen heute zu einem Land. Aber zum Kinderspiele-Land. Das ist neu. Das ist richtig cool. Das ist für Kinder geeignet. Oh, wie cool. Ähm, können... Können wir da jetzt schon hin? Tja, ich nehme nur noch ein bisschen Geld mit. Und die ziehe ich noch hier noch. Und hohe ein bisschen Geld. Zwei. Einmal fünf und eine zwei. Das kostet nämlich sieben Euro für... ...vier Personen. Mami, Mami, wir brauchen mal noch Rucksäcke. Ich hole die schnell. Und dann einen grünen Rucksack und einmal einen blauen. Wer will den blauen? Ich nehme den... Hm. Ich nehme den blauen. So. So. Dann nehme ich den grünen. Hm. Eps. So. Willst du das Geld tragen? Ja, Mama, ich halte das Geld. So. So. Dann gehen wir da mal hin. Hm. So. Dann nehme ich die mal alle mit zum Kinderspiegelrand. So. Hallo, wir wollten einmal rein. Oh, hallo. Ich bräuchte noch Geld von mir. Vier Personen kosten sieben Euro. Oh ja, dann haben wir ja perfektes Geld mitgemacht. Hier ist das Geld. Danke. Dann dürft ihr jetzt auch rein. Mami, kannst du unser Rucksack aufpassen? Vielleicht gibt es ja auch da drunter einen Schrank. Schätzchen für die ganzen Sachen, die wir haben. Ich bleib mal hier draußen, okay? Ja, Mami. Wir gehen einmal rein. Guck mal, Schmester, hier ist ein schöner, schönes Regal. Da könnte ich mir unser Rucksack reintun. Ja, meiner kommt ganz oben rein. Und meiner kommt dann ein bisschen weiter unten rein. So. Ui. So. Wo meinst du? Raus. So. Jetzt können wir spielen. Hallo. Passen Sie sich hier auf? Ja, ich passe hier auf. Wo willst du denn hin? Ich will einmal ins Wattebad. Ja, dann komm mal hier hin. Juhu, das ist aber cool. Hier sind ja sogar Spielsachen drin. Hier ist ja, hier ist ja ein Schaf. Wie cool. Und noch ein Hund. So. So, ich will erst mal in die Kletterwand hochklettern. So, ich bin oben. Aber wie soll ich denn jetzt wieder runterkommen? Ich versuche mal, wieder runterzuklettern. So. Schwester, sollen wir einmal Weitsprung machen? Ja, ich komme. So, komm, wir machen einmal Weitsprung. Hallo, ich bin für diese hier Seite zuständig. Soll ich euch ein bisschen helfen? Ja, wir wollten einmal den Weitsprung machen. Okay. Dann, also ich zähle die Punkte und ihr springt einfach. Okay? So weit, wie ihr nur könnt. Okay. Ich versuche mal zuerst. Ups. Zwei Punkte für dich, wegen der ist ja der zweite Strohhal. Und jetzt du. Ups. Oh. Und drei Punkte für dich. Also hat, ähm, der heißt Max. Also hat der Max gewonnen. Dann nochmal von neu. Wir machen zwei Runden. Nochmal. Mal gucken, wer jetzt weiter ist. Und jetzt, jetzt habe ich nur zwei Punkte. Also hast du jetzt drei plus zwei sind fünf. Also hast du fünf Punkte. Und ich habe, uaps. Ich habe nur vier Punkte, wegen zwei plus zwei vier sind's. So, also wer hat gewonnen? Also hat der Max gewonnen. So. Dann ist das Spiel auch schon mit diesem hier vorbei. Guck mal. Guck mal, Bruder. Da hinten ist noch eine Rutsche. Sollen wir da mal hin? Ja, ich teste sie schon aus. Ich sag, ich zeig da, wie die ist. Ui. Ups. Boah, ist die schnell. Die war richtig cool. Jetzt will ich auch einmal. Ups. Stimmt, die ist wirklich richtig schnell. So. Dann bleib ich diesen hier, Kind. So. Jetzt will ich einmal da hinten ins Bällebad. Okay. Dann ist hier so bei diesem weißen hier das Bällebad. Können wir auch diese gelben Sachen rausholen? Jetzt können wir auch machen. Ui. So. Die können wir hier hinlegen. So. Dann will ich jetzt einmal ins Bällebad. Ui. Sind das aber viele Bälle. Das ist richtig cool hier drin. Ui. Ui. Ups. Hm. So. Hm. So. Was darf ich denn jetzt machen? Ich geh mal auf die andere Seite gucken. Wir mal schnell. Was macht deine Seite hier so? Hm. Hm. Es ist hier leider nur ein Kind. Das ist gerade ein Bällebad. Ach so. Ich geh mal wieder auf meine Seite und gucken. Hm. So. Jetzt will ich auch einmal ins Bällebad. Bällebad. Ui. Hier ist ja ein Schaf und ein Huhn drin. Wie cool. So. Das hört sich auch so ein bisschen knisterlich an. So. Wohin seid. Ich geh nichts ab. Ich geh auch mal zur Schwester ins Bällebad. Das ist hier drin wirklich cool, Schwester. Ui. Ui. So. Kinder. Kinder. Habt ihr schon alles ausprobiert? Ich noch nicht, Mami. Ich muss noch einmal schnell ins Bällebad. Okay. Habt's. Ah. So. Jetzt sind wir mit allem fertig. So. Dann holt mal schnell eure Rucksäcke. Hm. Habt's. Ich hol schnell meinen. Ui. So. Den Rucksack. Ich hol noch schnell meinen. Wow. So, Mama, wir sind fertig. Gut. Jetzt hallo rum. So. Dann ab nach Hause. Tschüss. 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 Jetzt gehen wir mit dem jetzt raus. So. Habt ihr alle Hunger? Ja, Mama, wir haben alle Hunger auf Plätzchen. Ja. Ich hab sogar gestern noch welche gekocht. Da hab ich gemacht. Da hab ich aber Glück. Los, zieht mal schnell eure Rucksäcke aus. Ja, Mama, machen wir. So. Ersten. Dann noch den. So. Dann mal alle an den Tisch. Und es gibt dazu noch Wurst und Wasser. Kommt. Setzt euch alle mal schön hin. So. 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 So, dann gibt es jetzt einmal Wurst, Plätzchen und Wasser. Wer will denn da was trinken? Ich, Mama. Ich hole noch schnell die Gläser. Hier ist ein Glas für mich. Ups. Dann mach dir mal schnell Wasser rein. Du hast dann eine Wasserflasche. Blub, 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 blub. Das ist aber gut. So, dann stoßen wir an, dass das gute Kinderland richtig cool war. Juhu. So, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich verabschiede mich dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal und macht mir einen Daumen hoch.